ich spiel auch nur noch das gleiche ich kann nicht klettern klettert manchmal einfach nicht wenn er keine waffe dann ist noch schwierig ist kein mensch das war mir bei mir nee jo panzer übermacht der wird eingenommen das hat scheiße mit den euren panzern man hört doch auf schon wieder hinten zu schümmeln man ja wie kann er mich denn treffen dieser arsch mann 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 eh bei b ist wieder keiner ne einer malek wow b wird schon wieder eingenommen ich werfe ne granate da wird a wieder eingenommen mann 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 gegen so ein panzer gab es echt nicht zu können ich sehe es keiner mehr zumindest sehe ich keinen ja bei a weil sie bei a jetzt alle rocken ich schieße mich auch nicht mehr wenn a nach ja wir sind auch vier weniger fünf weniger die aufteilung stimmt irgendwie gar nicht so richtig zwei ne drei panzer scheiß die wandern wir sind weniger leute und haben noch wir haben noch zwei panzer rein nicht klarisch gerecht ja das ist vier ja ja das ist doch lächerlich schon aber ja das ist wirklich lächerlich das ist wirklich lächerlich das ist wirklich lächerlich das ist wirklich lächerlich das ist ja ein schmörner ja alter ich kann ihn nicht haben sie wieder die guten nur auf eine seite geswitcht vielleicht waren wir so krass dass sie die anderen alle zusammen getan haben wenn wir jetzt die deppen wieder sind wenn wir jetzt die deppen wieder sind wenn wir jetzt die deppen wieder sind ok wir haben ein panzer bin ich gerade hab ich doch vollkommen auf ja ja digga du triffst wieder alles mit deiner hässlichen waffe man das ist doch 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 das kannst du schon wieder vergessen hier die schrecklich oi einer Technologieband steht hier und mördert mal ey das ist doch schwach wirkel kider ey das ist 41 hab ich ihm gegeben von wo schießt er denn Ich seh den Panzer nicht, muss der. Keine Ahnung, ich seh den nicht. Digga, spring doch hoch. Ich muss erstmal hier weg. Ich seh mir die Wunde an. Erste Hilfe, greif zu! 10.000er geschossen. Wieso reißen die denn hier die Wand ein? Lass mich deine Funken versorgen. Jetzt kommt er. Oh Gott. Kommt einer rein, glaube ich. Ich glaube da kommen zwei rein zu dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Nein, 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 nicht umfallen, nicht umfallen. Oh nein. Das brennt nicht. Shit. Ja, den hab ich auch noch zerstört. Panzer haben uns gegenseitig gekillt. Aber den hab ich noch mit in den Grund gerissen. Ja, lass, da sind welche. Lass, da stehen links alle. Oh, oh, oh. Bleib liegen, bleib liegen. Ich versos. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Achso, das bist gar nicht du. Nein, nein. Ich stehnert ja. Ja, okay. Okay. Jaja. Achso, du bist klar. Ah, hört sich weg. Oh Nein, nein. Wenn du hier bist. Ja, цел Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Boah, ich geb echt viel lieber. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Nächsten Sektor verloren. Wir sind echt richtig gut. Digga, springt mal rüber! Ich mit meinen 7-6 und du mit deinen... Ja gut, 7-3 bist besser als ich. Scheiße. Und jetzt? Oh, scheiße! Von hinten! Wenigens hab ich mal ne geile Kanone wieder. Mensch, das läuft ja richtig. Die Runde hier. Die waschen uns ja überhaupt nicht. Wir raschen ja vollgang durch. Komm, schieß, 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 schieß! Mal gucken, treff ich überhaupt wen? Oh ja, Panzer, Mann! So'n richtig kleinen Penishast, Mann! Ich hasse viel Zeug. Einen richtig schönen kleinen Pimmel, Anna. Ey, laufen so viele, ey. Ich treffe nicht einen einzigen. Ich spreng da mal rüber, Mann. So, hab ich den schon mal geschossen. Oh, da kommen die Panzer. Ich hab mich schon gewundert, wo die bleiben. Oh, da kommen nur Panzer, Black. Renn weg! Zwei Panzer hier auf uns. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich finde da mal so. Ja, ja, ja. Fahr'n sicher zu B. Dann haben die noch überall Zeunen hingefacht. Fahr'n schon der erste. B ist der erste. Das ist ja lächerlich mit den scheiß Fahrzeugen, ey. Die kommen von ganz rechts lang gelaufen. Zwei Panzer bei B. Ein leichter, ein schwerer. Panzer verfolgt mich. Da bombe ich mal drauf. Ich weiß nicht, ich scheine interessanter als der Punkt B. B noch F. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hab ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Aber ich hab doch schon ordentlich welche weggeholt. Da bei B. Feindlicher Kavallerist in Sichtweite. Scheiß Pferd und so. Ich hab den Typen mal gefährt. Da sind doch unsere Leute umschießen. Warum schießen die nicht? Warum schießen die nicht? Ja, natürlich. Ich hab nur Damage gemacht, ey. Komm, mach die Panzer weg. Oh. Jetzt wird das jetzt er geflißt, aber er hätte gegründet. Oh, so dass er entwichst, weil er hätte gegründet. Eigentlich Jetzt fährt der Panzer weg Die haben viel zu viele Panzer Der Panzer stand die ganze Zeit nur auf einen Punkt Und jetzt in dem Moment fährt er weg Abgepalt, ist doch ja ernst Schau den doch mal Jawohl, der Panzer steht hinter mir Ah, der Panzer steht hinter mir Was ist das denn, ey? Wir haben noch in der Panzerbank Wir haben noch überhaupt keine Chance Was ist das denn, ey? Was ist das denn, ey? Was ist das denn, ey? Feindlicher Kavalerist Da drüben Oh Gott Oh Gott Ah, scheiße Scheiße Ah, ich will auch keinen Feind sehe, ey Oh Gott Jetzt wird die haben schon gerade einen Kitzel geklaut, ey Pferd kommt, Pferd kommt zu A Ach, Pferd, Pferd, Pferd Ich hab's gesehen Och man, es überrinnt mich. Habs vielleicht tot. Oh Gott, geht noch in Deckung. Alter, hier kommt doch schon wieder Panzer an. Das ist doch... Panzer-Spieler ankommen, der ist doch schon wieder feierlich. Ah, von hinten. Müssen sich jetzt schon in den Zügen verstecken, damit sowas reißen oder was? Oh, was ist denn das für ein Trickstreffer? Oh, als 1000 Kilometer entfernen wird der Felder offen. Gas, jawohl. Ich bin einmal durch Gas und einmal durch Kerze lang gelaufen. Und schon habe ich nur noch 16 HP. Und tot. Man, ey. Oh, wo ist der denn? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Schaden. Ach, ein strenges Warnersinn. Können wir schon mal stecken. Alter, nein, 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 nein. Jetzt stehe... Oh. Pane, Mann. Wir fährdrennen auch wieder bei A rum. Aufpassen! Feindlicher Soldat! Erh. 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 Hey, ich verstehe. Erh. Erh. Verr pri一. Erh. 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 hey sony echt abgeprallt oh cool panzer noch zerstört wo die runde holen wir echt noch LVP ja dann auch, ist klar scheiß Niederhaltungswixer und links kommt ein Ableck Panzer, oh ne, ist doch schon wieder Kacke und tot Mensch, Panne, ey ich treff einfach nix komm, zeig dich noch mal oh Mensch ach, die Sitsch kannst du halt mal verrecken äh, die Sitschernpap ich muss doch mal den töten ach, der Sniper ey so ein Schwachsinn, Mann ja 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 ich bin ein Schwachsinn oh Mann, he's a Sniper schau, schau, schau Panzer, Söns ja verkriech dich, du Buster ich bin der ey schau, ich bin der erste fliegt guck es ist ja das ist ja ja die das ist ja so kurz vor knapp Untertitelung des ZDF, 2020